Das ist mein Geburtstagsgeschenk und ich bin schon ganz aufgeregt und ich mache es jetzt mal auf. Okay, ich bin so aufgeregt, dass mir die Brille geschickt. Wahnsinn, Wahnsinn, das bin ja ich, irre. Also es ist ein wunderschönes Schaltuch und die Künstlerin Stefania Morgante hat aus meinen Porträts einen Schal gemacht, hat es zusammengestellt. Und das noch mal adaptiert auf ihre Weise. Wow! 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 Okay. 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 Wow! Quelle Bruder Bis zum nächsten Mal.